Ja, servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 1 Video. Wir sind wieder zusammen am Start mit, da draußen, kennen wir ja von einigen anderen Videos, er kann es einfach nicht lassen, er möchte immer mit dabei sein. Nein, natürlich ist es nicht so, ich frage ihn natürlich erstmal und ihn stört es nicht, dass ich mit Film, mit Stream, er lacht schon wieder mal im Hintergrund, unser Milchschokoladen, Kinderschokoladenfreund. Ja, wir starten heute mal wieder eine Runde durch als, ähm, na, wie heißt es, Medic? So, als Service, danke, Medic. Bei den Tauben, wir gehen wieder Tauben jagen. So, Team wechseln. Na, ich muss unser Team noch aufmachen. Jo. Ja. So, was spielst du? Du, ah, bist du ja noch Medic. Oh, auftaucht gleich mal den ersten mitgenommen, so geil. Hast du eigentlich schon mal mit der Pistole rumgeschossen? Oh, 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 oh. Nein. Ja, ich habe ihn noch rumgelegt mit der Spittergranate. Er hat mich erschossen, der Level 1 hat mich erschossen, aber ich habe ihn noch getroffen mit der Spittergranate, weil er im Rauch gestanden ist. Was ist das für eine Map? Haben wir die Wirkung gespielt? Wo, 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 wo? Ich werde beschossen von hinten. Hier, erste Hilfe. Danke. Ich komme, ich komme. bitteschön da ist die taube ich habe dabei hilft mir hilf mir zu beschützen hilf mir sie oder kommt dann legt mich um da kommen so viele das ist auch geil wenn es auf türen zu läuft dann schlagte die mit der hand zu kommen ich hab's markiert sehr gut das ist aber noch irgendwo einer ist nur aufpassen ich muss mir das wieder einschalten dass ich rechts oben sehe wer wo welchen kill macht das kann man ja ein- und ausschalten jetzt erste hilfe beckte für die leute was geht ab da belegt da oben alles klar ich gehe mal auf die andere schauke ich bin draußen draußen da unten rennt aber gerade einem in flammenwerfer um ich komme da jetzt sicher nicht runter wo ich wäre fast runtergeflogen komm bitte zu mir rein da sind leute und eine granate und eine granate runter na du bist ja echt mutig du springst einfach gleich runter geschlagen du springst einfach gleich mal überhaupt runter jawohl da habe ich habe aber vier mitgenommen glaube ich oder drei nein ich habe die taube verloren ich wollte roto weil ich im haus anscheinend frei lassen habe voll idiot ja das heißt jetzt mal gas geben wie das baube holen nein er legt mich um er legt mich um was hat er schrotflinte und bist unter beschuss ich kann bitte nichts bauen jetzt bist du tot ich wollte eigentlich zu dir kommen ging aber nicht bayer nicht dann kriegt wie immer schreit überall hörst du schreibe wo ich werde beschossen links hinter uns ich habe den zweiten und hol dich na komm jawohl geht los 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 gleich weglaufen da drüberlaufen dort liegt die Haube und ein toter ja vor das gelöscht hilf noch hilf mir hilf mich ich bin von fast tot wo 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 ich musste irgendwo rauf am besten für dich kamerad er ist für hilfe klatsche bleibt da drüben bleibt da drüben bleibt auf deiner seite drüben achtung granate außerhalb bleib auf deiner seite drüben ich schau dass ich die auf meiner tür die das da reinkommen umlegen kann und auf deiner ich bin tot was war das oh mein gott oh mein gott der hat mich mit dynamit aber komplett weg sprengt ich bin irgendwo außerhalb vom gebäude herumgeflogen hast du das gesehen das ganze das ganze gebäude ist eingestürzt also abgerissen wirklich sehen ich bin immer bei mir die luft flogen wie ein gestörter und komplette pass runter weg gebiet das da steht einer in dieser mühle drinnen ein sniper und baller draus da links von dir in der mühle links von dir in der mühle genau da kommt er raus ich sage ich ja die ganze zeit alter in der mühle ja weil ich das herauskopften dann hast du gesagt da ist ja warte ich komme schon ich komme schon was zuckst du ja einer eines raus guckt und einer war noch drinnen ich glaube es ist noch einer dort oder kann das sein ja weil ich mir fackelt man es um so hat er um wir müssen den typen umlegen wo hinter mir irgendwo bitte schnell schnell wiederbeleben wenn du näher bist ich bin tot was so ich wollte nämlich den taubentypen umlegen war ziemlich knapp dran habs aber dann leider doch nicht geschafft da liegt die torte da liegt die torte es ist eigentlich wenn du jetzt genau darüber nachdenken ist es ja komplett behindert wir jagen einer blöden dauer naja jawohl taubenträger umgelegt ja ich sehe dich ich komme gleich grupp ausgelöst na komm komm wo mir letzten schuss mit letzten schuss da geht's abkratzt bist du arg wo ist er mit der torte da steht da draußen irgendwo glaube ich oder ist er draußen erinnerung gasgranate wo da hat gerade irgendwer ein fall hat ja jawohl mit der pistole noch erwischt ich komme ich komme ich komme ich komme erste hilfe ich hoffe das zeug wird es was dankeschön nein du bist einfach jetzt glaube ich gespannt oder habe ich dich wirklich erwischt wo ist die taube lauf zur taube jawohl mit der goldenen 1911 pistole zwei typen schon umgelegt ich renne ständig mit der gasmaske rum und vergesse immer wieder runter zu nehmen dann wurde dumm eigentlich ja mit der taube haben wir dann gewonnen wow hinter euch hinter euch hinter dir hinter dir vorne kommen weg zwei tauben haben wir schon ja habe ich gerade gesagt eine brauchen wir noch dann haben wir es geschafft nein ich bin tot ich bin tot ich werde mich zu oder bist du so konzentriert die konzentriert muss er was heißen den habe ich da da kommt die taube nein reicht sie sie da kommt es nicht gehen da einer 16 hat er nur mehr sie haben die taube sie haben wir spawnen irgendwo ganz oben und die taube ist 136 mits entfernt mühsam hoch 10 ja laufen einfach mal drüber leute mich wird es jetzt mal interessieren ob ihr auch battlefield zockt bzw ob ihr euch battlefield holen werdet also ich bin ich muss sagen extrem begeistert wir haben auch zusammen ich habe auch zusammen mit dem draußen schon zwei runden infinite warfire gespielt also absolut nicht zu vergleichen mit katastrophe das spiel ja keine komplette katastrophe da schreit sogar der andy auf also der andy redet nicht viel aber wenn er redet dann hat das schon was zu bedeuten und wirklich call of duty call of duty keine ahnung wie man es nennt es ist einfach wie es ist scheiße kann man nicht mehr dazu sagen was soll es ist so ein dreck spiel mich jetzt interessiert ob ihr euch battlefield holt das interessiert mich wirklich call of duty passiere mich nicht rechts kommen ziemlich viele da oben muss mich kurz konzentrieren ich treffe ich hielt ihn nur an aber ich kill ihn nicht ja auf alle fälle kurz zurück mich würde interessieren holt ihr euch das spiel oder nicht ich sag nur es zahlt sich auf jeden fall aus jawohl double kill bei der snipe in diesem häuschen ausgeschalten schnell mal medik und gas kann gasmaske drauf wo bist du eigentlich der feind hat die taube verloren gott spät ich weiß nicht ich weiß nicht irgendwo wird er geschossen schon wieder aber ich weiß nicht wo da ist einer das ist der typ den ich schon ein paar mal angehütet hat wo ist die taube wo ist die taube da ist die taube nein jetzt hat sich ein anderer kult die mit ihre gasgranaten wirklich das ist echt nicht normal ständig fliegt ihnen gasgranate immer maske rauf maske runter wahnsinn wahnsinn warum brennt da schon wieder alles wer spielt da schon wieder mit dem feuer rum ja ich auch das ist gerade komplett eskalation gasgranaten handgranaten beschuss alles möglich was bin ich eigentlich schon für ein level 12 oh ich habe 8 was ich habe 18 8 was und was du hast 20 11 was geht ab was geht ab eigentlich ich junge es läuft pass auf jetzt komme ich ich glaube jetzt schaffe ich es endlich mal wenn ich nicht sterb nein es ist weg warum ist weg hat das jetzt für andere kult was für eine verarschung ja sagen andere kult ich wollte mir gerade dieses plant schützen kitz holen mhm granaten keine granaten ich mag keine granaten jetzt haben nein von rechts louis kann ich habe ja das habe ich gesagt ich habe eine waffe freigeschalten link zu einer m 1918 glaube ich oder so das ist ein mg oder was ist es eigentlich schon eine schaden in der nächsten runde schau ich vielleicht nach was das ist auf alle fälle ist die gröpfe rom mit verzierungen und hat einen schwarzen schaft der auch verzierungen oben hat schaut ziemlich geil aus werde einmal probieren wenn ich wenn ich die waffe probiere welche auf jeden fall auch ein let's play davon machen der explodiert schon wieder alles ich renne da mal hinten rum nein unten steht er ich sehe ihn einfach nicht er steht in der ecke er steht in der ecke in der ecke wahnsinn jetzt kommen ur viele 1 2 3 4 draußen noch 2 ok draußen hat die party verlassen anscheinend hat auch mal wieder internet probleme ja läuft ganz gut heute leute ja ich treffe natürlich nichts wie war das mit dem läuft ganz gut ja da ist er wieder da ist er wieder ja passiert kommt vor playstation network entweder es liegt am router von uns oder es ist wirklich plötzlich network was hin und wieder einfach mal so weg ich bin nicht mehr drinnen soll ich dich wieder zusammen flecken bitte du bist du bist nicht nur drinnen an du bist weg komplett rausgeflogen anscheinend hey da hängt einer in der tür okay dort gas granatte was für ein scheiß irgendwie ist vorher besser glaubten wir haben aber fans hat sie wieder fallen lassen nein die stütze wieder alles ein granaten fliegen granaten fliegen irgendwo schutz suchen spielbonus 2.507 für was in spielbonus bekommen interessant interessant ja wir haben gewonnen warum auch immer jetzt auf einmal ich kapiere es gerade nicht a21 die zeit ist abgelaufen ganz klar logisch ja leute ich sag danke fürs einschalten ich werde jetzt schluss mache ich versuche jetzt mal meine videos kürzer zu machen dafür mehrere davon zu machen sagt mir einfach mal wie euch es liebe ist längere videos dafür weniger videos oder mehr videos aber kürzere videos ja wiederum sage ich sage nochmal danke fürs einschalten wir sehen uns dann im nächsten video servus surprise motherfucker sowas Bis zum nächsten Mal.